Nisai Kinki Utsuri von der Kano Koi Farm. Der Koi ist weiblich, 46 cm groß. In unserem Video kommt wieder die Farbe, so wie ihr es gerade sehen. Gar nicht so gut rüber, da kann man da auch einen schönen Hauchglanz. Das ist ein intensiver von der Farbe, nicht so blass, wie es im Video ausschaut. Das ist echt ein schöner Koi. Mit einer schönen Zeichnung.